Was machst du denn da? Mach mal dein Knie runter! Oh mein Gott! Mach mal dein Knie runter, Ulla! Mach doch Fuß und Kopf! Mach doch Fuß und Kopf! Ey Fuß und Kopf, Ulla, das ist nicht lustig! Ey das ist nicht lustig! Das ist nicht lustig! Ja, du kannst keinen Schlagschuch rausholen! Ist nicht lustig, was die gerade machen? Ist das jetzt nun mal? Hallo! Nimm mal auf, Bruder! Nimm mal auf, Bruder! Zum die BD auf den, guck mal auf 5 Leute, Bruder! Ich mach das ja schon! Nimm das auf, Bruder! Aber mit Schlagstoff! Nimm mal auf, Bruder! Nimm mal auf, Bruder! Na, Bruder, mal gucken, sowas funktioniert sowieso nicht! Sechs Streifen waren für eine Person! Zeig mal, zeig mal hier! Da geht unsere Steuern! Weißt du die Steuern, ich bezahle und guck mal für was da drauf geht, für nichts! Zeig mal, zeig mal, wie viele Streifen waren für eine Person! Oh, der filmt auch jetzt! Ja, mit seiner Kamera! Was soll der filmen, was soll der machen? Kann ja ruhig filmen! Wir machen ja nichts! Das ist unser gutes Recht, zu filmen! Weil das ist Unrecht! Wohlfahrt zum nächsten Mal! Wohlfahrt zum nächsten Mal! Dann geht's zur Sendung auf!